So, da sind wir wieder. Ein Ereignis schlägt das nächste. Andi hat Wölfe am Hintern, ich habe Pfeil und Bogen und einen weißen Bullen. Also mache ich jetzt einen auf... Oh, Chatterhemd. Ne, wie ist das? Altes Schüttelhemd? Ja, genau. So, Wölfe, bin ich los. Lauf, mein treues Hotel, Mats. Bin wieder bei der Bonk. Auch Leder. Mann, der hat aber auch ein dicker Hintern. Ich dachte, ich komme mit 30 Pfeilen aus. Das wird wohl ein Problem. Kannst du mal umfallen? Du Umweltverschmutzer, dein ganzes Methangas. Ja. Boah. Ach, die muss man ja gar nicht abbauen, die plündert man nur einfach. Na. Aber man kann sie abbauen, die leuchten. Und dann sind sie weg. Äh, hat gegeben... 20 Fleisch, 16 Leder. Hat aber gekostet gut 30 Pfeile. Na ja, immerhin. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Wieder typisch. Äh, du musst nach 11, 14. Rückwärts, hinter dir. Durch bei 12. Woher weißt du das? Weil ich seh dich auf der Karte. Nein. Gott. Spionage, jetzt schon. Ich glaube, es fährt sich wieder. Ich hab's schon. Na, das ist ja gut. Dann sieht man wenigstens etwas. Leder ist nämlich auch wichtig. Ja, und Fleisch. Wir wollen ja Mangiare. Ja. Kann man eigentlich auf dem Pferd Pfeil und Bögen nutzen? Ja, natürlich. So hab ich's ja gemacht. So hab ich den Bullen gejagt. So, Hannis, hier macht's. Toll. Sind das die doofen Wölfe? Zupf. Da ist Olli. Die Wölfe haben wir ja hier gezogen. Ah, Schiff-Gedrücktheiten kommt auch alles herstellen. Da sind sie. Und dann kannst du den ganzen Eimer voll Pfeile bauen. Cool. Vier Wölfe bei mir hier. Gut, da komm ich jetzt gleich. Spitzachst. Jetzt kann ich nicht schießen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Zielen kann ich aber schießen. Ja, da musst du noch mal drücken, damit er abschießt auf dem Pferd. Komm, wir entgegen. Mit rechts, dann zack. Ja, und dann musst du noch mal die linke Maustaste betätigen, damit er dann den Pfeil auch abschießt. So, einer ist tot. Geplündert. Einer ist mir wahrscheinlich entwischt. Ich weiß nicht mehr, wo er ist. Da ist er. Was, nee. Linke Maustaste, rechte Maustaste gedrückt halten. Und dann linke zum Abfeuern. Macht er bei mir nicht. Hast du denn einen Pfeil überhaupt in der Tasche? Ja, klar. Sicher? Ja, das könnte ich ja nicht zielen mit dem Ding. Jetzt so. Musst du abwählen und neu wählen. Ladebacken. Ladebacken. 32 Fleisch. 12 Fell. 16 Leder. Bin ein guter Jäger. Ich, Mann. Ich jagen. Oh, nur noch 8 Pfeile. Ah, macht noch 70 Stück. Kann man auch nicht mehr und meckern. 8? Da kann ja dann auch nicht stimmen, ne? Au. Ha. Ich hab über 100 Pfeile. Brauchst du ein paar Pfeile? Ha. Ich hab aktuell 108. Kann ich das jetzt irgendwie abbrechen? Bestimmt, ne? Ja, kann man. Sehr schön. Da ist doch wieder ein Wolf. Oder ein Coyote. Ah, ich würde dich lieber als Haustier behalten. Ja, Coyote tot. Ah, ist schön, dass du einfach nur eh plündern und nicht mehr mit Werkzeug abbauen und so. Das finde ich ganz erfrischend. Hier sind schon wieder vier Wölfe. Mhm. Die du immer herholst. Ich bin tot. Nein. Ja, die Wölfe. Kamen nicht mehr weg. Toll. Ihr spawnt und direkt bei Banditen. Hm, das ist ja doof. Ich renne dann mal. Oh, ich bin ja gar nicht so weit. Was ist denn? Was ist denn? Boah. Oh, was ein Abmurksler. So, jetzt können wir zu Andi gucken. Oh, das war schon weit weg. Nö, dann bleib mal da. Okay. Ich will was ausprobieren. Oh, du darfst kein Mal mehr verkacken, wenn du vom Pferd ein Pferd fangen willst. Möbel. Weil dein Pferd wird wahrscheinlich auch tot sein. Jetzt ist es da bei der Wölfe. Oh, zuckt das ekelhaft. Was ist daneben? Das ist so fies. Okay, mit den Banditen sollte man sich nicht anlegen. Das sind vier. Mhm. Unter mir, weil es, äh, zwei. 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 Oh, wie die Schafe verrecken. Oh, wie die Schafe verrecken. Die Schafe verriecken. Heute Abend gibt es Sauerbraten. Na? Er liegt. Okay, gib mal 5 XP und ein rohes Fleisch. Also Pferd zu töten lohnt nicht. Überhaupt nicht. Andi ist schwer beschäftigt. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause. Ist gerade unterwegs. Eine Axt gemacht. Ich wüsste, wo dein Hotty Hues können. Ich weiß nicht, wo die vier Wölfe waren. Weiß ich auch nicht, wo die waren. Und drehen wir uns. ICH nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich füge mir. Was ist einfach nie? Was ist einfach nicht mehr. Ich bin immer noch ein paar Jahre alt. Ich bin immer noch keine Kaffee. was ist das wie ich jetzt weiß ich auch nicht mehr so leder rohfleisch irgendwie kann man ja auch ein week marker machen das sollte ich vielleicht auch mal weil ich schon zu hause wieder nicht mehr wieder findet schlecht aus das ist der händler kann man ja leider nicht aus rauben marka klicke auf die karte um einen wegpunkt zu setzen suchen und scrollen ach jetzt habe ich schon eingesetzt aber nur ein leider und nicht so geil dann bauen wir jetzt mal ein feuerchen kann ich jetzt eigentlich mal fundamente verstehe das nicht ich kann kein campfeier setzen ein einfaches lager von fleisch zu kochen und dich zu wärmen ach da geht's ok gelb heißt geht nix dann sagt er doch würde ding nur wahrscheinlich wegen dem komischen händler das ist so richtig wird sich gleich zeigen ok mit der axt kannst du nix abbauen also mit der spitzhacker wo das fleisch sollte gekocht werden da läuft was ab ja ok es gibt jetzt fleisch spitzhacker 10 eisenerz 10 holz geht doch ach so die kann ich direkt hier klöpfen interessant eisenaxt 10 eisenerz 10 holz läuft möchte ich auch direkt bauen willst haben mein kram durch der weg sein wo ich den stein quark nämlich weg kloppen cool dass es aus erz gemacht wird passt schon hier in der werkbank legt gleich eisenachs und eisenspitzhacken vor you spitzhacken ist fertig axt läuft gerade komm mal als protector mit die harten im garten name wird auf jeden fall angezeigt da steht es ja da müssen noch vier wölfe sein ja ich weiß die gehen jetzt gerade auch auf das viel los deine leiche ist auch noch da die schwebt in der luft wolf tot zumindest seiner hier oben sind noch zwei den grauen jage ich der beige ist noch auf achse versucht abzuhauen da bin ich dran tot da brauche ich ein zielkreuz du kannst doch einen punkt den seh ich ja nicht mal hä ich hab einen punkt in der mitte den punkt seh ich nicht wenn ich ziele na klar ein riesenpunkt ne bei mir ist keiner ich seh nur die feilspitze ach du bist in der first person ja ja ich bin in der third person ja den seh den punkt ja meine leiche wird immer noch angezeigt als schrift da gibt lecker essen am feuer die leiche entsorgen kann irgendwie ich hab feuer gemacht ho 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 kann man eben was gucken ich müsste auch kohle haben na genau ach kohle zählt auch als brennstoff das ist super mhm sieben fleisch ist fertig ok jetzt nicht mehr aber Das deckt recht hoch, das Zeug. Mal gucken, ob das funktioniert. Nö, Leichen kann man nicht abholen. Nee, der frisst nicht. Lasst die Möhre fressen, ach so. Guck mal, dann frisst es. Oh super, da sind Bären drin. Äh, Pferd frisst daraus die Bären. Dann musst du nur auf dem Futterdruck E sagen und dann lass die Möhre fressen oder bei dir lass Stinkrippe fressen. Jetzt geht Stinkrippe fressen, wenn du abgestiegen wärst. So, frisst. Und Nahrung voll. Musst nur noch zum Wasser führen, damit es Wasser trinkt. Ah, toll, jetzt ist meins verpackt. Ah, geht. Da brauchst du auch nur ans Wasser stellen, das wirkt auch schon. Oder war das vorhin nur durch den Regen? Wasser geben. Wasser wäre aus dem eigenen. So. Brauchst einen Eimer, um Wasser zu geben. Ich bin vorhin mit dem einfach geschwommen, da hatte er keinen Durst mehr. Oder war das beim Regen eins vom Wein? Ja, hier ist tief genug. Ah, einfach bloß ins Wasser. So. Vogelstrauß. Kopf im Boden. So, bin ich eigentlich jetzt wieder gestiegen? Energie, Durst, Hunger. Eins. Bin Level vier. Kann aber immer noch keine Fundamente bauen. Wo sind die hin? Ich meine, hier gab es einen Skill-Tree. Hotbar, Hotbar, Hotbar. Ironsides. Ruinside, Autoburg. Push to the truck, Tugel, Enter, Chat, Drop Item. Nur. Da weiß ich es auch nicht. Hm. Nein, hat gab es einen Skill-Tree. Okay. Die Achse ist schon ganz schön mächtig. Aber wir frimmeln jetzt hier noch ein bisschen weiter rum. Wir sehen uns dann bestimmt noch einmal wieder. Also, tschüss. 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 I do not. Wir reden noch mal. Wir sehen uns nun mal. Bye.